Wow, Leute! Heute sind wir im Hauptquartier von Alles steht Kopf! Mit meinem besten Freund Brick! Hallo! Und heute spielen wir Hide and Seek Bricksy, okay? Wow, wie cool! Und du wirst zuerst suchen, du Blödmane! Oh, ich werd dich finden! Ich versteck mich jetzt! Oh, na warte! Na gut, Bricksy, dann geh ich zu Long Term Memory und da musst du mich jetzt irgendwo finden! Hey, dann versteck dich mal! Ich schummel auch nicht! Na gut, aber ich sag dir eins, die Welt hier ist riesig! Okay! Und bei Charaktere kannst du dir sogar einen Charakter nehmen! Ich nehm den bösen Ekel mit Wut! Ekel mit Wut? Dann nehm ich... Dann nehm ich die ganz normale Riley! Ich glaub, sie heißt Riley! Sag mir, wenn du versteckt bist! Jetzt hast du mir gesagt, wer du bist, du Dussel! Ach ja, stimmt! Äh, ich hab mich versteckt! Hast du dich versteckt? Und du bist sicher bei Long Term Memory? Ja! Du wirst mich niemals finden! Okay, ich bin jetzt da! Ich bin so gut versteckt! Oh, Bricksy, du wirst mich niemals finden! Warte mal, ich sollte meinen Bricksy wieder nehmen! Wie krieg ich meinen Bricksy wieder? Ich nehm den Clown! Ah ne, der kostet Robux! Du musst einfach wieder auf den Charakter drücken, du Blödmann! Ja, warte! So, jetzt bin ich wieder ich! Wo kannst du dich versteckt haben? Sag ich nicht! Eierkopf! Eierkopf! Siehst du mich denn? Ja! Wirklich? Ja! Bist du vielleicht... Komme ich gerade auf dich zu? Hm, warte, muss ich genauer gucken? Ich glaub schon, ich weiß es nicht! Oh, du bist mir keine Hilfe, du Dussel! Ja, du kommst mir gerade in die Nähe! Hm, wo hast du dich denn versteckt? Sag ich nicht! Vielleicht hinter den ganzen Murmeln hier! Nö! Keine Murmeln, du Blödmann! Keine Murmeln? Mm-mm! Oh, Leute, ihr müsst mir helfen! Wo kann er sich versteckt haben? Das ist nicht lustig, ich wette ich schon! Warm, warm! Mehr sag ich nicht! Warm, warm! Mehr sag ich nicht! Okay, das heißt, du bist hier irgendwo versteckt! Vielleicht schon! Bist du das hier? Tschüss! Nein, natürlich nicht! Bist du sicher? Ich hab blaue Haare und ein gelbes Kleid! Blaue Haare und ein gelbes Kleid! Wo könntest du dich bloß versteckt haben? Bist du hier oben? Kalt! Kalt! Riggs hier! Hm, das ist unfair! Du hast dich richtig weit von mir versteckt! Kalt! Das ist kalt! Es ist wirklich kalt! Wo hast du dich denn versteckt? Jetzt wird's warm! Dann bist du hier drin! Kalt! Oh, Odi! Warm, 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 warm! Ich seh dich nicht! Du sagst, es ist warm, aber hier ist nichts warm! Es war grad mega heiß! Wie ne Herdplatte, du Blödmann! Hä, wo könntest du dich denn versteckt haben? Ich seh nicht! Buh! Du hast dich im Licht versteckt! Ich war im Licht, Brixi! Guck, Odi! Oh, diese Runde hast du gewonnen! Komm, lass zurückgehen! Okay, Brixi, wohin? Zur Hauptquartier? Mhm, wir müssen beide zum Hauptquartier und jetzt geh ich zur Traumproduktion! Boah, Traumproduktion ist bestimmt cool! Und jetzt werde ich mich verstecken! Okay, ich nehm dann einen Charakter... Ich nehm dir jetzt die Wut! Aber mit dem bist du voll langsam! Nein, du musst einfach... Mit Shift kannst du sprinten, Brixi! Boah, das wusste ich gerade gar nicht! Das ist voll unfair! Okay, ich glaub, ich hab mich versteckt! Völlig? Dann komm ich jetzt, Brixi, in die Traumproduktion! Ey, hier waren wir doch grad! Du wirst mich niemals finden, du Blödi! Wo könnte Brixi sein? Bist du Brixi-Brixier? Nein, ich bin nicht Brixi-Brixi! Okay, ich bin aber jetzt Odi-Odi, damit du mich sehen kannst! Hm, hier sind voll viele Bilder von... Von Alles steht Kopf! Oh Mann, ey! Brixi, hast du den Film schon gesehen? Nein, hab ich nicht! Oh Mann, ich auch noch nicht! Mann, wo könnte Brixi denn sein? Oh Mann, ich hab ihn nicht gefunden! Welcher Charakter... Warum gehst du denn da raus? Warum soll ich da raus? Du bist da raus! Ich nicht! Warte mal, bist du hier? Hm, wo könnte Brixi sein, Leute? Hier hinter, hier hinter! Hallo! Ja, du bist bestimmt hier hinten! Hallo, Brixi! Ha, ich hab dich nicht! Ja? Nein, das bin ich nicht! Ich hab mich richtig gut versteckt! Hier oben, schau mal! Und dann auf die Hafe! Bist du die Hafe, du Blödmann? Nein, ich kann mich doch nicht als Hafe verstecken! Oh, er wird mich niemals finden! Mann, wo bist du? Das war schon sehr gut warm, Rudi! Warm? Okay, hier! Und dann muss ich da drauf! Und dann muss ich hier drauf! Oh, das geht nicht! Oh, das tut mir aber leid! So, und... Zack! Oh Mann, ey! Dann weiß ich, wo du bist! Warte, Brixi! Ich geb dir noch 10 Sekunden, dann verrate ich's dir! Noch 10 Sekunden, warte! So, du hast gesagt, hier ist warm! Oh, das ist der Leerpult! Warte mal! Was sind das für Haare? Ah! Du kriegst mich niemals! Ach, du warst das! Bleib stehen, du Doofkrass! Ich hab mich schon wieder versteckt! Brixi! Hey, du hast mich gefunden! Gefunden! Du Doofkrass! Du bist wieder dran! Okay, Brixi, lass uns wieder zum Hauptquartier! Und ich geh zum Fantasieland! Tschüss! So! Das Fantasieland sieht so schön aus! Und alles ist pink und lila! Ich werd dich diesmal auch finden! Dann ist es ein Unentschieden! Und diesmal bleib ich Odi-Brixi! Weil du lila bist! Mhm, weil ich lila bin! Und ich glaube, ich versteck mich hier! Warte! Bin versteckt! Katz, komm! Okay! Ich bin jetzt da! Ich seh dich! Wo hast du dich bloß verstecken können? Sag ich nicht! Oh, das ist echt unfair! Hier ist voll viel, wo man sich verstecken kann! Bist du dir sicher? Ja, das ist voll unfair hier! Gar nicht! Und wo könntest du sein? Bin versteckt! Das ist viel zu groß! Ich seh dich nicht mal! Ist du vielleicht hier irgendwo? Das ist ja richtig unfair! Das ist gar nicht unfair! Du bist bei den Pokalen! Ich weiß das! Genau, weil ich bin ein Pokal! Haha! Kannst du dich in den Pokalen verstecken? Du könntest dich theoretisch in den Pokalen verstecken! Ehrlich? Ja, das ist ja voll unfair! Hab ich aber nicht gemacht! Wo könntest du Dussel dich verstecken? Du versteckst dich immer voll blöd! Eigentlich müsste ich dich sofort finden! Eigentlich schon! Aber ich find dich nicht! Oh, Leute! Seht ihr hier irgendwo Odi? Ich find Odi nicht! Du bist ja super schlecht! Du magst Pommes! Du bist bei den Pommes hier! Hier hinter! Ich hab mich neu versteckt, Braxy! Ich geh wieder in mein altes Versteck! Tschüss! Hä? Du darfst sie nicht nochmal verstecken! Das ist unfair! Ich geb dir einen Tipp! Ich bin nicht im Fantasieland drinne! Hä? Du bist draußen? Du bist bei den Zügen vielleicht? Vielleicht! Ich seh dich nicht! Mann, Odi, du veräppelst mich! Außerdem darf man die Verstecke nicht neu tauschen! Doch, darf man! Bist du bei den Murmeln hier drüben? Nein, das ist nicht Fantasieland, du Doofkopf! Du bist ein Doofkopf! Ich bin irgendwo beim Zug, Brax hier! Irgendwo beim Zug! Okay, dann schau ich mir den Zug jetzt genauer an! Also, vorne bist du nicht! Und obendrauf... Da bist du! Oh nein, das sind ja andere! Das sind die Fangirls! Oh nein, was machen die denn hier? So, hier auf dem Waggon bist du auch nicht drauf! Und vielleicht bist du bei den Kartons hier auch nicht! Hier bist du auch nicht drauf! Verflucht und zugenäht, wo kannst du nur sein? Vielleicht bist du ja oben! Nö! Warte mal! Odi! Haha, ich war hier! Du hast dich einfach zwischen den Schienen versteckt! Zwischen den Rädern, nicht Schienen, du Doofkopf! Na ja, hier waren ja die Schienen! Guck mal hier, genau hier! Haha! Ich komm hier nicht mehr raus! Haha! Oh Mann, Braxi, ey! Okay, Odi, ich würd sagen, wir gehen nochmal zurück zum Hauptquartier! Na gut, Braxi! Genau, Leute! Ihr habt's gehört, was Braxi gesagt hat! Wir gehen gleich! Oh Mann, darf ich sagen, Braxi, komm schon! Okay, verrate es kurz, verrate es kurz! Oh, nennen wir uns, der wird auf uns jagen! Oh, da müssen wir uns beide verstecken! Kurz mal beim Farben-Heiden-Sieg! Oh, los, Braxi! Oh, Leute, wir sind wieder in Roblox! Mit meinem besten Freund, Braxi! Hi! Und heute spielen wir einen Monster-Heiden-Sieg, Braxi! Und schau mal, wir haben noch gar keine Farben! Oh, wo ist mein Gelb hin? Das kriegen wir gleich wieder, Braxi! Und schau mal, das ist das Monster, das Strichmännchen-Monster! Und wir müssen jetzt hier bei schwarz rein, drück da drauf! Okay, ich hab drauf gedrückt! So, und jetzt schau mal, hier steht's, wie man spielt! Verstecken, wenn du rot bist! An die rote Wand! Aber wenn du rot bist und auf die blaue Wand gehst, bist du tot, Brax hier! Okay, verstanden! Nimm die Farbe hier, nimm die Farbe hier, jetzt sind wir rot! Rein da! Und wir müssen dem Monster entkommen! Und siehst du das Monster schon irgendwo? Nein, ich stell mich trotzdem erstmal hier hin! Ja, lass uns weiterlaufen! Und schau mal, da ist wieder rot! Wir müssen aufpassen, nicht, dass das Monster uns sagt! Und schau mal, ich hab hier einen Pinsel! Oh, Monster, Monster, Braxi! Versteck dich schnell, der ist hinter dir! Ja, ich bin versteckt! Ich bin versteckt! Oh, ich seh ihn, der wär fast... Schaut mal, Leute, er war schon ganz nah bei mir dran! Auf dem Boden siehst du seine Fußspuren! Oh, der sieht so eklig aus, Braxi! Er ist tot! Stopp! Nein! Warte, warte, ich muss mir ein Leben kaufen, Braxi! Ich hab's nicht geschafft! Aber ich kauf mir einfach ein Leben! Okay, ich hab noch ein Leben, Braxi! Ich komm nach! Komm schnell, ich warte hier auf der Wand an dich! Und wir müssen Pinsel finden! Ist das Monster noch da? Mhm, der ist hier! Komm mal, hier war ein Pinsel! Hier, schau mal! Ich hab den schon, ich hab den schon! Ich hab einen von 13! Er kommt, er kommt, er kommt! Versteck dich, Braxi! Ich seh ihn nicht! Oh, er ist wieder weggelaufen! Ich komm schnell zu dir! Oh, Vorsicht, 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 Braxi! Er kommt, er kommt, er kommt, weil da eine... Schau mal, die läuft da einfach weg! Oh, das ist sehr gut! Okay, warte, und... Warte, nein, 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 noch nicht, noch nicht! Oh, Mann, Braxi, wir kommen hier nicht mehr raus! Er soll endlich verschwinden! Okay, Udi, nach hinten! Hinter uns! Ja, lauf! Hier, 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 hier! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich bin versteckt! Hier ist ein Pinsel, hier ist ein Pinsel! Ja, nimm ihn, nimm ihn! Aber ich glaub, das Monster... Oh, nein, es kommt nicht! Ich komm, ich komm, ich komm! Zu mir! Und aufheben! Okay! Was ist das denn hier? Hä? Nila, du kannst nicht... Wo kriegen wir die her, Braxie? Hier, lang, komm mit! Ich komm schon, wo ist das Monster? Monster, komm! Monster, komm! Braxi, sei bloß leise! Sei ganz leise, Leute! Ich hab richtig Angst, aber... Ich glaub, das Monster ist weg! Komm schon! Hier ist rot! Oh, schau mal, da oben ist was! Oh, das Monster kommt! Das war gerade in meiner Nähe, irgendwo! Da oben, schau mal, siehst du das? Das ist eine Box! Ja, aber da kommen wir nicht hoch, Braxie! Wo kriegen wir denn Lila her? Und hier ist blau! Hier ist eine Treppe, hier ist eine Treppe! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Ich bin jetzt schwarz! Äh, ich auch! Boah, wir sind bestimmt unsichtbar, Braxie! Was ist noch ein Pinsel? Schau mal! Hier ist ein Ausweg! Lass uns weiter! Vielleicht kommen wir jetzt in diesen... Ne, hier fallen wir wieder runter! Wir sind rot, Braxie, lauf! Warte, warte, warte! Hier lang, hier lang, hier lang! Hier ist der Ausgang, glaub ich! Da sind... Guck mal, drei von 13 Pinseln! Aber wir brauchen eine andere Farbe! Oh Mann, wohin denn? Der hat schon, Lila, guck mal! Ah, er kommt, er kommt, er kommt! Oh, versteck dich hier schnell! Hä? Oh, oh, Braxie! Ja? Ist er noch da? Weiß ich nicht, ich glaub nicht! Aha! Nein, der ist weggelaufen! Da sind seine Fußspuren! Ja, lass hier lang, hier lang! Ah, wo sind wir hier? Grün brauchen wir hier! Vielleicht brauchen wir die rote Tür, Braxie! Bist du sicher? Bestimmt! Okay, sei vorsichtig! Du musst noch gucken, ob wir hier Pinsel finden! Da kommt, stell dich an die Wand! Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich! Oh, der ist genau neben mir, Braxie! Oh, er ist weggelaufen, er ist weggelaufen! Okay, gut! Schau mal, seine Fußspuren, wo ich stehe! Oh, er kommt wieder, er kommt wieder vor sich! Nee, er ist weg! Hier ist ein Pinsel, hier ist ein Pinsel! Er kommt, er kommt, er kommt! Stell dich hin, stell dich hin! Er weiß, dass wir hier irgendwo sind, Braxie! Okay, links von mir ist eine rote Wand! Komm jetzt schnell! Okay, los! Und los! Da rechts ist der, der hat gerade jemanden getötet! Hier ist rot! Braxie, rot! Mach auf! Los, Lareinda! Okay, hier ist ein Schraubenzieher! Mit dem können wir das Glas hier kaputt machen, Braxie! Mach das Glas kaputt! Wir brauchen, glaube ich, einen Hammer! Es muss etwas da draußen geben, das dir helfen kann! Wir sind nicht rot, wir sind nicht rot, Braxie! Ich glaube, er kann uns hier nicht, Braxie! Ja, hier kann er uns nichts, weil er hier nicht rein kann! Braxie, wir haben keine Farbe mehr! Braxie! Da hat jemand einen Schlüssel! Du kannst am Rad drehen, Udi, schnell! Am Rad? Mhm! Oh, okay, los geht's! Ich hab Laufschuhe gewonnen! Laufschuhe? What? Ich hab noch ein Leben dazu bekommen! Oh, du Glückspil! Okay, aber das bringt uns nichts! Oh, das ist gut, Braxie! Wir brauchen aber jetzt den Hammer, damit wir hier... Oh, Vorsicht! Damit wir hier... Ich bin eh schneller als er! Oh, der ist da! Der jagt jemanden! Komm schon, lauf, 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 Braxie! Wir brauchen jetzt den Hammer! Ich such ihn schon, ich such ihn schon! Ich glaub, wir laufen falsch! Oh, oh, nicht, dass wir uns verlaufen, Braxie! Oh, Monster, Monster, Monster! Oh, ich bin in Sicherheit! Okay, okay, okay! Puh! Ich bin wieder im roten Raum, Braxie! Wir müssen... Der Monster kommt mir sehr nah, Udi! Braxie, komm zurück! Wir müssen zusammen rumlaufen! Oh, das Monster ist hinter mir, Udi! Komm zu mir! Ich weiß ja nicht, wo du bist! Du bist hier irgendwo nach links gelaufen, stimmt's? Komm einfach den Weg zurück! Okay, ich sehe hier Menschen! Ah, Udi! Ich habe einen Schacht gefunden, komm schnell! Ja, ich weiß nicht, wo du bist, du Blödmann! Ich hole dich ab! Ich habe einen Schacht! Das Monster hat mich gesehen, Braxie, und ich bin draußen! Ich muss weg hier! Das Monster ist bei mir, lauf dem Monster hinterher! Ah, dem Monster... Nein, dem lauf ich nicht hinterher! Du musst dem Monster hinterher laufen, vertrau mir! Oh, Braxie! Wo bist du? Er läuft mir hinterher! Ich sehe nichts mehr! Oh, nein, Leute, Leute, das ist so gruselig! Oh, warte, warte, warte! Ich lauf dem Monster hinterher! Ich bin jetzt bei diesem... Oh, er hat mich! Oh, Mann! Ich habe den Schacht gefunden, Udi, komm! Ich bin wieder rot! Ah, das ist gut! Ich bin wieder rot! Hahaha! Du hast den Schacht gefunden? Ja! Ich war wieder beim Anfang, ich muss dich erst wieder finden! Komm zum gelben Schloss! Ich sehe dich! Ich sehe dich hinter dir! Ja, komm mit hier! Du brauchst einen Schraubenschlüssel! Ja, ich komm! Mach es auf! Oh, du hast recht, Braxie! Und aufmachen! Sehr schön! Jetzt hier durch! Oh! Wo sind wir hier? Wir haben eine Perkur! Wow, nicht runter, Feinbricks, hier! Das ist aber voll schwer! Vorsicht! Ach, Mann! Okay, gut! Wir starten aber immer von hier, von Anfang an! Aber jetzt schaffe ich das! Denn ich bin der Deathrun-Meister! Ich habe es geschafft, Udi! Du bist vor mir gewesen! Nein! Ha! Okay, jetzt haben wir... Oh, Mann! Das ist echt schwer, Leute! Falls du auch mal mit mir hier spielen willst, musst du jetzt ein Like und ein Abo dalassen! Und vergiss nicht, deinen Roblox-Dame in die Kommentare zu schreiben! Okay! Wir müssen das schaffen, Udi! Dort hinten ist etwas Besonderes! Ich komm schon! Ich komm schon! So! Zack! Und Vorsicht! Ich hab's! Udi, du hast mich geschaut! Ich hab's! Warte mal! Wir haben jetzt die orangene Farbe und nochmal ein Pinsel-Breaks hier! Sehr gut! Ich komm rüber! Jetzt müssen wir das orangene Tor finden! Komm schon! Ja! Okay! Hier ist Metall zum Öffnen-Klicken! Okay, die Farbe haben wir noch nicht! Komm schon! Wir müssen raus! Wir sind jetzt orange! Sehr gut, Udi! Okay, wo müssen wir als nächstes lang, Breaks hier? Ich glaub, das war hier hinten, genau da! Ich hab'n Pinsel, ich hab'n Pinsel! Komm zurück, komm zurück! Ja, 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 ja! Okay, ich hab' sechs Stück! Ich auch! Sehr gut, Udi! Wir sind ein sehr gutes Team! Komm mit, sichere Zone! Hier kann uns nichts passieren! Ah, das ist der Anfang! Komm wieder her! Okay! Wir müssen hier lang! Wir müssen jetzt das orangene Schloss finden, Breaks hier! Das orangene Schloss! Genau! Das ist wichtig! Wir müssen hier links! Weißt du das sicher? Hier blau! Wir müssen hier durchgehen! Ja! Dann hier entlang! Oh, Mann! Zurück, zurück, zurück! Oh, ich steh! Ich steh! Oh, das war richtig knapp, Breaks hier! Aber der ist jetzt genau dahin gelaufen, wo wir hin müssen! Hier lang, komm schnell! Bist du dir sicher? Orange, 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 orange! Oh, oh, Breaks, ich schaff's nicht! Ich hab's! Oh! Oh! Oh, das war knapp! Hast du das gesehen? Ich dachte, der hat mich jetzt gerade schon, schon beseitigt! Du schützt das anscheinend! Wo ist das denn? Jetzt komm schon! Das Monster sieht das nicht! Komm, da kommt, da kommt, da kommt! Hier, orange, orange! Schnell! Mach voll! Oh, ich bin sicher! Ich bin durch! Okay, jetzt haben wir gelb! Wow, wir haben deine Farbe, Breaks hier! Aber ein Problem, denn es gibt so gut wie kaum gelb! Oh nein, ehrlich! Mhm! Na gut, dann lass uns schnell das gelbe Schloss finden! Oh, hier ist doch gelb! Ja, aber... Ja, aber... Schau! Wo lang müssen wir denn hier? Hier! Wo, 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 wo? Er ist hier in der Nähe! Nein, komm schon! Oh, er kommt, Udi! Er kommt, Breaks hier! Oh! Oh, oh! Komm hier mit zur Seite! Okay, hier ist Pink, Breaks hier! Wo ist gelb? Wir müssen, glaube ich, auf die ganz andere Seite! Komm schon mit, komm mit, komm mit! Lass uns hier lang gehen! Und hier irgendwo muss es doch sein, oder? Hier, 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 Udi, hier! Hast du's? Hier ist irgendeine Tür! Mann, da waren wir schon drin, du Blödmann! Okay, sehr gut! Lass uns... Hier ist blau! Jetzt gehen wir wieder an den Anfang, Breaks hier! Ah, komm, der kommt gelb, 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 gelb! Ah! Wohin geht der? Wohin geht der? Oh, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder! Das ist echt umsichtig! Breaks hier, er steht da! Oh! Mann, was macht der Blödmann? Okay. Los, weg, los! Hier, gelb! Wir haben's! Okay, rein da! Und hier haben wir dann... Eine Säge brauchen wir, Breaks hier! Aber die kriegen wir bestimmt von hier, komm mit! Hä? Hä? Wir müssen hier hoch! Oh! Mir ist schwindelig! Hier ist alles so dunkel! Und schau mal, das ist voll gefährlich! Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, hier! Nee! Wo? Warte! Wir müssen... Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen! Hier drauf springen, hier! Bist du dir sicher? Ja, und dann hier hoch! Du hast recht! Hier hoch! Und jetzt? Hier drauf, Breaks hier! Hier drauf! Nein, hier drauf! Ja, sag ich doch! Auf diesen Würfel! Und jetzt von dem hier her! Und dann da drauf! Und dann... Oh! Oh! Vorsicht! Nicht runterfallen, Breaks hier! Wir schaffen das, Udi! Jetzt müssen wir bis nach hinten laufen, stimmt's? Ah! Oh! Nicht schon wieder! Ich hab's geschafft, Breaks hier! Mann, sehr gut, Udi! Mach weiter so! Okay! Du schaffst das! Ich glaub an dich! So! Und jetzt hier rüber, Leute! Da drauf! Oh! Das ist echt gruselig! Nicht runterfallen, Udi! Ich hab's, Breaks hier! Äh! Jetzt haben wir die Farbe grün! Sehr gut, Udi! Es fehlt nen Schlüssel, Breaks hier! Den haben wir nicht bekommen, weil hier ist noch ne Tür mit nem Schlüssel! Hä? Wo ist der Schlüssel? Das ist ne gute Frage! Aber da hatte schon jemand nen Schlüssel in der Hand! Endlich hast du's geschafft, Breaks hier! Los! Schau, hier brauchen wir nen Schlüssel! Aber komm schon, den finden wir schon! Wir haben jetzt die Farbe grün! Oh Gott! Und hier, schau mal, brauchen wir ne Säge noch! Wo kriegen wir denn jetzt diese blöde Säge her? Gute Frage! Komm mit, komm mit, komm mit! Wo ist grün? Oh, da ist jemand tot! Oh, oh! Ah, wo kommt's? Hier ist grün! Nein, das ist... Nein, das ist falsch! Warte! Warte! Okay, hier ist die sichere Zone, Breaks! Ich glaub, wir sind falsch gelaufen! Mhm, glaub ich auch! Mal zurück, zurück, zurück! Oh, grüne Wände! Ja, hier sind grüne Wände! Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Ich glaub schon! Dann müssen wir vielleicht weiter hier rein! Hier, noch mehr grüne Wände! Du hast recht! Ich glaub, umso mehr grüne Wände, umso mehr... Mann, das ist diese rote Tür! Das ist pink! Und da ist deine Farbe sogar! Oh, okay! So, hier vielleicht rein, Breaks hier! Oh, er kommt, er kommt, er kommt! Er ist hier in der Nähe irgendwo! Oh, ja, 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 ja! Bleib stehen! Er kommt von links! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Hä? Hä? Wo ist er denn? Er war links, Oli! Von hier aus links! Hä? Hä? Oh, oh! Oh, oh! Hä? Ich glaub, da müssen wir aber langen, Breaks hier! Komm schon! Ja, 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 ja! Hier, hier, hier! Oh, er kommt, er kommt! Oh, oh! Wo ist das Monster? Ich hab keine Ahnung, aber wir müssen unbedingt grün finden! Okay, er geht wieder weg! Komm schon! Okay, hier! Okay, um rauszukommen, brauchen wir diese 13 von denen hier! Hier waren wir doch so... Hier ist pink! Warte, wir sind wieder da irgendwo! Der muss doch irgendwo grün sein! Ich hab Breaks hier! Sehr gut, Oli! Rein da! Hammer! Okay, ähm... Hammer! Nein! Nein, Pinsel! Aber jetzt sind wir Türkis! Hm... Okay, was brauchen wir? Wir brauchen eine Dreiecksform! Oh Mann, wir haben bis jetzt noch gar nichts gefunden! Dann müssen wir jetzt in Türkis rein! Komm schon! Wo ist Türkis? Oh, ich hör ihn, glaub ich, schon! Oh, oh! Oh, nach hinten! Komm hier! Breaks, komm, komm, komm! Er kommt! Oh! Oh, war das knapp! Das ist echt anstrengend, Leute, wirklich! Das ist auch sehr gruselig! Okay, komm! Wo ist die Türkis? Eine Tür, Breaks hier! Hier ist lila... Hier ist grün... Da muss doch hier irgendwo Türkis sein, oder? Warte mal! Breaks... Hey, komm, Dodi! Ich... Ich hab was gefunden! Was denn? Hä? Wir brauchen dafür eine Dreieckpuzzle! Schau mal, wo ich bin! Komm zurück hier! Komm! Schau mal! Ein Geheimversteck! Komm schon! Wir brauchen die Türkis in der Tür! Die ist bestimmt da drin! Oh, Mensch! Ich weiß, wo das war! Das war bei dem... Oh, das war bei dem ersten Parcours! Komm mit! Wo war das nochmal mit dem ersten Parcours? Hallo, geh hinterher! Ich bin schon weg von ihm! Breaks, wir müssen die Tür finden! Warte doch! Warte doch! Warte doch! War das hier? Warte mal! Das war... Doch nicht hier, oder? Nee! Wo bist du langgelaufen? Ja! Komm mit, komm mit, komm mit! Nee, hier ist falsch! Komm mit, komm mit! Wir brauchen... Wir müssen jetzt alle Türen abchecken, weil da war eine Metalltür, weißt du noch? Du hast recht! Da müssen wir rein! Mann, wo war das? Das ist echt schwer, Leute! Ich dachte, das ist viel einfacher! Aber wir finden die Tür nicht mehr! Hier! Sicher? Hier! Hier! Das war falsch, du Blödmann! Jetzt hast du mich verwirrt! Hier! Hier ist der Hammer! Okay, das war die erste Tür! Jetzt müssen wir die zweite Tür finden, Breaks, hier! Da ist es ein bisschen in der Nähe irgendwo sein! Hier! Beim Schraubenschlüssel! Komm schon! Hier rein! Guck, hier war das! Und was war hier? Da hinten ist die Tür! Du hast... Aua! Du hast recht! Okay, Leute! Den haben wir schon mal geschafft! Den werden wir jetzt nochmal schaffen! Bam! Oh Mann, ich bin runtergefallen! Schaffst du's? Mhm, ich bin direkt hinter dir! So! Ich hab's! Kleiner Pille! Bam, 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 bam! Mann, Udi! Sei doch leise, wenn ich spiele! Breaks, hier! Hier ist das Dreieck! Sehr gut! Komm schon, beeil dich! Aber dann haben wir keine Farbe mehr! Hier gibt's keine Farbe! Wir müssen uns beeilen! Oh! Du Blödsinn! Udi, geh voran! Na gut, okay, Leute! Ich geh voran! Ich muss nur die Tür finden, aber ich hab keine Farbe! Oh nein, ich hab keine Farbe, Breaks hier! Wenn das Monster jetzt kommt, bin ich dran! Okay, ich komm durch die Tür jetzt! So! Okay! Dreieckpinsel! Dreieckpinsel! Wo bist du dann langgelaufen? Dreieckpinsel! Äh, ich bin wieder... Hier, hier, hier! Komm, 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 komm! Vielleicht müssen wir... Das Geheimversteck! Das Geheimversteck! Stimmt! Wo war das? Was ist hier? So! Hier zwischen, Udi! Ich seh's! Ja! Wo, 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 wo? Stimmt, stimmt, stimmt! Wow, wir haben's gefunden, Leute! Und? Hä? Hä? Was ist das denn hier? Wir brauchen einen Hammer! Das ist ein ganz anderes! Hä? Komm schon, wir kriegen bestimmt jetzt noch den Hammer! Okay... Vielleicht hier drin? Oh, die Odi wissen! Oh, Brexi! Bleib hier, bleib hier! Pssst! Und pssst mich nicht an! Doch, ich pssst dich jetzt an! Komm mit! Nein, du pssst mich nicht an! Komm, schnell, schnell! Oh, Brexi! Der ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Pssst! 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 Er ist dran vorbeigelaufen! Na, ist er jetzt leise! Der ist dran vorbeigelaufen! Hier ist Odi! Er kommt! Er kommt! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Oh, er ist dran vorbeigelaufen! Mann, da! Hier ist Odi! Mann, Brexi! Hör auf! Ich hab doch Angst! Okay, okay! Lauf! Odi! Nein, komm jetzt! Hier durch, Odi! Hier! Das waren wir doch schon! Stimmt, da hast recht! Komm mit! Wir brauchen diese eine Tür! Hier vielleicht! Nein, das ist falsch! Da bist du doch gerade durchgelaufen! Mann, dann ist es hier! Nein, das ist der Hammerraum! Okay! Dann ist das weiter weg, Brex hier! Das war doch gar nicht so weg! Nee, hier! Das muss jetzt hier hinten sein! Vertrau! Komm! Okay! Warte! Und hier vielleicht! Nee, hier auch nicht! Es war eine Spalte! Hier ist die sichere Zone! Und das ist falsch! Hier zurück, zurück, zurück! Hier lang! So! Hier muss das irgendwo sein, Brex hier! Ich wusste es! Hier ist ein Pitzel! Sehr schön! Du hättest einfach da bleiben müssen, Odi! Komm mit, du Blödmann! Oh! Ich will jetzt eine Farbe haben, dass ich mich verstecken kann, Brex hier! Hier! Nee, hier brauchen wir die Säge! Aber hier war das mit dem Dreieck! Nein, das war das hier! Zurück, Brex hier! Okay, komm, zurück! Hä? Mann! Mann! Das ist so schwer! Brex, ich komme schon! Und dann fehlen auch noch drei Pinsel! So! Komm, 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 komm! Hier lang, hier lang, hier lang! Monster, 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 Monster! Hier, Odi, komm! Wo bist du? Odi! Odi! Brex, ich muss wegrennen! Monster kommt, Odi! Oh! Bro, Brex, Brex, hier ist eine Tür! Ich gehe hier rein! Ich gehe hier rein! Hier sieht er mich nicht! Oh! Ha! Ich bin sicher, Brex, ihr wartet hier, der Blödmann! Brex, wo bist du? Nein! Brex, hier? Äh, Odi! Ich habe einen Dreieck gefunden, Odi! Wo? Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Hier bei mir! Ich habe die Farbe blau, wo du hier reinkommst! Ich habe es auch! Ich habe hier noch ein Dreieck! Okay, ich habe die Farbe blau jetzt! Und, was ist hier? Boah, hier hat jemand ein Monster gemalt! Du hast noch ein Dreieck, wo bist du? Warte, ich suche dich! Hä, wo bist du denn? Ich komme gerade! Oh, oh! Ich bin bei der lila Tür! Wo bist, Brex? Ah, nee, das ist nicht Brex. Ich bin da, wo man die Säge braucht, Brex, hier! Ja, das ist sehr gut, dass du da bist! Und wo ist das, du Trottel? Ich habe keine Ahnung! Wow, ich habe ein lilanes Dreieck, Brex, hier! Hier, du musst zu mir, Odi! Ja, warte! Ich suche dich! Bleib da stehen! Ich bin blau! Na gut, bleib aber stehen! Ja, ich kenne den Weg! Ich komme dir ein bisschen entgegen! Da, wo das lilane ist, Odi! Oh, mein Mist! Das ist pinke Tür zum Öffnen! Da bin ich! Pinke Tür oder lilane Tür? Monster, Monster, Monster! Oh, oh! Oh, Brex, ich bin sicher! Glaube ich! Komm zu mir endlich! Ich komme ja schon! Hast du gerade jemanden türkisendes gesehen? Ja, das hat mir vorbeigelaufen! Ich habe es! Ich bin bei der Dreieck! Tür! Bist du da wirklich? Ja, ich habe jetzt die Farbe blau! Hier, da bist du! Ja, 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 ja! Okay! Und jetzt? Müssen wir weiterschauen! Hier ist ein geilen Versteck, hier! Du hast recht! Schraubenzieher! Wir brauchen einen Schraubenschlüssel! Oh, Mann! Den hatten wir doch schon! Hm! 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 Komisch! Hier entlang! Ich komme schon, Brex, hier! Wir brauchen die blaue Tür! Wo war die blaue Tür? Hier ist eine blaue Tür! Nein, nicht das! Ich meine das Schloss! Ja, das ist eine sehr gute Frage! Wenn ich es wüsste, wäre ich doch gar nicht hier, du doofkopf! Ha! Monster! Ich laufe weg, ich laufe weg! Ich laufe auch weg! Wo bist du hier langgegangen? Warte doch! Ich bin jetzt bei der sicheren Zone wieder! Ach, da bist du ja! Warte, ich bin hinter dir! Komm, komm, komm! So! Und die blaue Tür! Die muss doch hier irgendwo sein! Monster? Monster! Monster! Versteckt! Ha! Tschüss, du blödes Monster! So! Da, ich hab's gefunden! Ja, ja! Los, los, los! Nein, das ist lila! Oh, Mann! Das sah blau aus! Dann muss sie hier irgendwo sein! Hier, blau! Sehr schön! Los, los, los! Ich hab's! Okay, hier ist die Säge! Okay, wir müssen jetzt dahin, wo die Säge war! Wo war das? Ich hab keine Ahnung! Ich hab nicht verlaufen! Oh, Mann! Monster, komm zurück! Komm, zurück! Komm, zurück! Komm, zurück! Hier ist ein Spalt! Was? Du hast recht! Da liegt doch ein Schlüssel! Da liegt ein Schlüssel! Oh, Mann! Okay! Los! Uwo, los! Zeig uns den Platz! Ich renn schon, Brexy! Renn mir hinterher! Hier ist lila! Wir müssen hier zurück irgendwo! Ja, das war irgendwo am Anfang! Ich erinnere mich! Oh, Monster! Brexy! Oh, ich hab's geschafft! Okay, komm schon! Bist du da? Wo bist du? Ich bin sicher! Okay! Lauf, 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 lauf! Ich bin bei der sicheren Zone wieder! Oh, du bist ganz falsch! Du bist falsch! Nein, du bist falsch! Du bist falsch! Blödmann! Ich hab's! Ah, Monster! Oh, oh! Mal los! Tschüss! Oh, nein! Das Monster sucht mich, Odi! Das Monster sucht dich! Er ist direkt hinter mir! Oh, Vorsicht! War das bei dem Schraubenschlüssel, das mit dem Sägen? Ich hab keine Ahnung! Ich bin auf jeden Fall jetzt bei lila wieder! Ich bin ganz falsch! Ah! Ah, Monster, Odi! Vorsicht, Briggs, hier! Selber Vorsicht! Selber Vorsicht! Böde Jan! Hm. Wo ist diese böde Tür? Briggs, ich hab's! Ich hab's gefunden! Boom! Ha! Wo denn? Ähm, du musst, ähm... Uh-huh! Laufen! Nein! Da, wo das Monster grad ist! Ah, okay! Wo? Hast du grad schon Türkisen denn gesehen? Warte! Ja, irgendwo hier war das Monster! Komm schon zurück! Komm schon zurück! Ja, hier, hier, hier! Komm mit, komm mit, komm mit! Hier! Oh, du bist der Beste! Ich weiß! Und hier ist sogar... ...ein Holzbrett! Und noch einen Death Run! Oh, Briggs, wenn wir den jetzt nicht schaffen, müssen wir das Video beenden! Oh nein! Den müssen wir schaffen! Hm, und... Let's go! Und zack! Und... Oh nein! Oh man, Leute! Aber naja, egal! Briggs hat's geschafft! Falls ihr noch einen Teil 2 sehen wollt von dem Video, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da! Und, und, ähm... Und falls ihr meinen besten Freund Briggs noch nicht abgecheckt habt, checkt ihn gerne auch in der Infobox ab, Freunde! Und wir sehen uns morgen! Tschüss!